Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von im Scheck. Heute gucken wir uns den CSL Sprint 5670 Ryzen 5 DLSS 3x an für 1299 Euro. Und wir gehen die Konfiguration des PCs einmal durch. Danach zeige ich euch den Preisvergleich und sage euch, ob sich dieser PC lohnt oder nicht. Als Besonderheit hat dieser PC ein Gehäuse, was viele wohl als Showcase bezeichnen würde. Ein wirklich schickes Gehäuse mit einer Glasseite und einer Glasfront. Das heißt, der Blick auf die internen Komponenten ist hier komplett freigegeben, außer auf das Netzteil, das ist hier noch hinter so einer kleinen Buchse versteckt. Ansonsten kommt er mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lüftern vorinstalliert, beziehungsweise ob die vorinstalliert sind, gucken wir uns gleich noch an. Und kleinen Details, wie auch im USB-C Anschluss an der Stelle, hinten mit einem Lufteinlass, damit das Gehäuse vorne komplett zu ist. Und so sollte das ganze Case dann von hinten aussehen oder auch nicht. Als Prozessor kommt der Ryzen 5 7500F zum Einsatz. Das ist eigentlich eine CPU, die heute sehr oft im Budget-System eingesetzt wird. Ob man hier von einem Budget-System bei 1.300 Euro sprechen kann, muss ich da selbst entscheiden. Auf jeden Fall ist das eine CPU, die vergleichbar ist, würde ich sagen, von der Popularität, nicht von der Leistung. Mit einem 5600, der 5600 ist eigentlich das Pendant zu diesem Prozessor, also das könnte man sagen, ist sozusagen der Nachfolgeprozessor. Natürlich deutlich schneller, 30% schneller als der 5600, 10% schneller als ein 5700, also ein 8-Kern-Prozessor und das ist ein 6-Kern-Prozessor. Also wirklich ein guter, moderner Gaming-Prozessor. Als Prozessor-Kühler kommt der Deepcool Gamax C40 zum Einsatz. Das ist ein Tower-Kühler, ein normaler Tower-Kühler. Jetzt nicht unbedingt der beste Tower-Kühler, den man kaufen kann, aber ein solides Teil. Sollte den 7500F auf jeden Fall gekühlt bekommen. Eingebaut ist ein Gameboard GeForce RTX 4070 Super, eine Gameboard Super Ghost ist hier an einer Stelle installiert. Eine 4070 Super, eigentlich eine sehr, sehr schöne 12 GB GPU. Kann man in WQHD eigentlich alles mit sehr hohen Einstellungen spielen und auch kompetitive Titel auf WQHD. Da fühlt sich die Grafikkarte wirklich sehr gut. Harmoniert auch gut mit dem 7500F, dem eine hohe Leistung bietet, trotz dass es nur in Anführungsstrichen ein 6-Kerner ist. Also von daher eine gute Konstellation. Was keine gute Konstellation ist, ist das Mainboard. Hier hat sich CSL für das absolut billigste entschieden, was es aktuell auf dem Markt gibt. Das ist ein A620M-Board von MSI, genau das ME. Das kommt ohne gekühltes Spannungswandler, sieht man hier. Das hat nur zwei RAM-Bänke, das hat nur einen einzigen M.2-Anschluss. Und das ist ansonsten wirklich kein schönes Board. Es hat vier USB-3-Anschlüsse, zwei USB-2-Anschlüsse. Aber ansonsten ja, ein Board, was ich nicht wirklich empfehle. Wir gucken uns das nachher im Preisvergleich einmal an. Das nächste bessere Board kostet hier fast 95 Euro. Das bessere ATX-Board hier kostet 100 Euro mehr, damit wir dann auch wirklich ein solides Mainboard bekommen mit WLAN, EDC, PP. Das sollte man in meinen Augen für so einen PC in der Preisleistungsklasse auch einbauen. Vor allem, weil wir hier ein Showcase-Gehäuse bekommen und hier bekommen wir halt ein hübsches Mainboard. Und das Ding, das ist einfach nur hässlich. Also was sich da CSL gedacht hat, so ein Mainboard einzubauen, in diesem PC, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hättet ihr mal lieber den Preis irgendwie noch 50 Euro teurer gemacht und dann das Mainboard hier eingebaut. Aber so ist das echt eine ganz schöne Katastrophe. Was auch nicht mehr wirklich zeitgemäß ist, ist der 16 GB RAM Dual Channel DDR5 mit 5600 MHz. Andere Anbieter bieten da 32 GB mit 6000 MHz an. Das ist also auch nicht wirklich eine Alternative. Hier wäre auch ein Upgrade auf 32 GB sehr sinnvoll, dann aber im Dual Channel. Und am besten auch ein Upgrade auf einen 6000er RAM. Als SSD kriegen wir eine 1 TB Kingston NV2. Das ist noch eine solide SSD, die reicht für Gaming-Verhältnisse, reicht die prinzipiell und grundlegend aus. Da gibt es nichts zu meckern. Ansonsten ist eben das Besondere an dem Gehäuse nicht das Netzteil. Das wir uns noch ganz schnell angucken. Das ist ein Boostbox Powerboost, 92% effizient mit 80 plus Gold Zertifizierung. Das ist ein solides Netzteil. Es gibt natürlich bessere Systeme, Netzteile, aber das ist in Ordnung. Man sieht es nämlich, es ist eben auch nicht modular. Aber es erfüllt seinen Zweck. Als Gehäuse kriegen wir eben das Boostbox Vitrum Pro. Das ist ein Gehäuse, das wir gucken einmal ganz schnell nach. Wir haben oben drei, sechs, sieben, acht Lüfter installiert. Also genau die acht Lüfter installiert, die wir hier auf dem Bild sehen. Das ist natürlich relativ schick. Was nicht schick ist, ist eben das Mainboard. Das werdet ihr sehen, wenn ihr das nachher seht. Das sieht dann hier nicht so aus, sondern ein bisschen anders und nicht so hochwertig, weil eben die Komponenten da drin nicht so hochwertig sind. Hier hätte ich mich also gefreut, wenn CSL hier wenigstens auch hübsche Komponenten eingebaut hätte und nicht so ein A620M Board. Ansonsten gibt es zu den PCen nicht mehr viel zu sagen. Bei CSL gibt es einen Gutscheincode, den könnt ihr mal im Netz suchen. Da gibt es nochmal 15 Euro Rabatt. Das Ganze ist versandkostenfrei und es ist aber auch kein Betriebssystem installiert. Ich würde allerdings auch nicht hier für dieses Geld ein Betriebssystem installieren, sondern ich würde mir wirklich einen Key kaufen. An der Stelle einen Key kaufen bei einem anderen Key-Anbieter und würde dann dort entsprechend Windows selbst über einen Stick installieren. Da gibt es diverse Tutorials hier auch bei YouTube, wie das funktioniert. Und ja, gucken wir uns jetzt mal noch den Preisvergleich von dem PC an. Im Preisvergleich kommen wir auf 1183 Euro. Der PC soll ja kosten 1285 Euro, wenn wir nochmal die 15 Euro abziehen an der Stelle. Dazu kommt noch, dass der PC nur dieses sehr schlechte A620M Board hat, das wirklich eines der günstigsten Mainboards ist. Aber es gibt tatsächlich hier für 20, 30 Euro mehr auch vernünftige Mainboards, die man hätte einbauen können, wo man dann trotzdem noch bei dieser Preisleistung geblieben wäre. Die nun nicht wirklich gut ist mit 100 Euro Aufpreis. Das ist auch nicht empfehlenswert. Dazu nur 16 GB Arbeitsspeicher. Das ist mau. Wahrscheinlich weiß CSL, dass das Gehäuse hier der ausschlaggebende Punkt sein wird. Und wer so ein Gehäuse unbedingt will, der kauft sich so ein PC. Man kann dieses Gehäuse allerdings auch in andere PCs von CSL reinkonfigurieren. Also vielleicht lieber einen PC mit besserer Preisleistung suchen bei CSL und dann das Gehäuse reinkonfigurieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder ich habe mal eine Alternative rausgesucht. Und zwar diesen PC von Dubaro. Gamer PC Wisen 5 7500F mit 4070 Super. Der kostet aktuell 1350 Euro. Also nochmal gut 50 Euro mehr. Dafür bekommen wir ein besseres Mainboard mit auch WiFi. Wir bekommen 6000er RAM und davon auch 32 GB. Ansonsten sind sich die Sachen relativ ähnlich. Zugunsten des Dubaro PCs hier mit einem Goldnetzteil und auch mit einem besseren Kühler als dem Deepcool. Kostet aber eben auch nochmal 50 Euro mehr und wird preisleistungstechnisch auch ungefähr bei 100 Euro, vielleicht bei 80 Euro mehr Preis rauskommen. Mit allem abgerechnet. Dazu hier dann auch noch Versandkosten. Während bei CSL dann keine Versandkosten dazukommen, die ja auch nochmal 20 Euro, glaube ich, betragen bis 1500 Euro. Also ja, bei alles nicht so geil so. Und irgendwie ist das so eine Preisklasse, in der man gerade aktuell nicht wirklich was Gutes, einen guten Deal findet. Deswegen muss ich leider sagen, hier sucht gerne selber mal. Ich hätte gerne irgendwie eine Alternative präsentiert, wo ich sage, die kauft die. Aber aktuell ist da einfach nicht so viel zu finden. Ich hoffe, Spredo hat euch trotzdem gefallen und konnte euch trotzdem weiterhelfen, dass ihr wisst, was Phas ist. Und ja, wenn jemand eine Idee hat für den PC, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Schickt keine Links rein, die löscht YouTube automatisch. Ich kann da leider auch nichts dran ändern. Wenn es euch dennoch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Und ciao.